Der Penny ist eine früher in vielen Ländern mit britischem Einfluss vorhandene Unterwährungseinheit. Wort und Sache sind verwandt mit der im deutschen Sprachraum auftretenden Währungseinheit Pfennig. Ursprünglich entsprach ein Penny einem Bruchteil eines Pfunds und zwar im Verhältnis ein Pfund ist gleich 240 Pens. Heute existiert der Penny im Vereinigten Königreich und den von ihm abhängigen Gebieten als Unterteilung des Pfundstörling in 100 Pens. In den USA und Kanada ist Penny die geläufige Bezeichnung eines Zennstücks. Mittelalter Der silberne Penny wurde vermutlich in der Zeit um 786 von König Offer von Mercier im englischen Binnenland eingeführt. Der Name Penny leitet sich vom altenglischen Wort Penig, Penig, früher Pening, das auf denselben Wortstamm wie das deutsche Wort Pfennig zurückgeht. Die Münzen waren in Größe und Gewicht dem in dieser Zeit auf dem Festland verbreiteten Dena ähnlich. Bis in die 1970er Jahre wurde der Penny mit D abgekürzt. Dies leitet sich vom lateinischen Denarius ab. Die angelsächsischen Silberpennys waren auch die Währung, in der das Dane-Geld bezahlt wurde. Man kann die Last, die das Dane-Geld damals für England darstellte, gut an der Tatsache festmachen. Dass mehr angelsächsische Pennys aus dem ersten Jahrtausend in Dänemark gefunden wurden als in England selbst. In der Herrschaftszeit von Ethelrät wurden um die 45 Millionen Pennys an die Dänen gezahlt und Knut der Große musste 20 Millionen Pennys an die Invasionsarmee abstottern. Es wird geschätzt, dass das Gesamtgewicht des Silbers, das zwischen 990 und 1015 als Dane-Geld gezahlt wurde, ungefähr 93 Tonnen betrug. Zu der damaligen Zeit entsprach das 250.000 englischen Pfund. Umgerechnet in den jetzigen Wert dieser Währung ergeben sich 1,2 Milliarden englische Pfund. Ein Penny enthielt ursprünglich ein 240. eines Troy Pound an Silber. Um die Reinheit und die genaue Einhaltung des Gewichtes zu gewährleisten, wurde auf der Rückseite einer Münze der Name des Münzschmieds und die Prägeanstalt vermerkt. Ab der Regentschaft von König Offer war der Penny über die Zeitspanne von ca. 500 Jahren die einzige Art von Münze, die in England geprägt wurde, bis zu der Zeit, als König Heinrich III. und später König Edward III. die Prägung von Goldmünzen veranlassten. Siehe auch die spätere normale Fatting, Schilling, Groat, Florin, Crown, Nobel, Guinea und Souvrin, die Penny mehrfache bzw. Teilstücke darstellten. 19. Jahrhundert Nach einigen privaten Prägungen wurden Kupferpennys ab 1797 als offizielle Prägungen unter der Regierung von Georg III. in Umlauf gebracht. Diese Kupfermünzen waren bei einem Durchmesser von 36 mm recht dick und wurden Cut Wheels genannt. Seit 1830 wurde die Prägung von Silberpennys nur für besondere Münzsätze, die Maundy-Sets, vorgenommen. Nach 1860 wurden Gewicht und Durchmesser reduziert und bei gleicher Rückseitengestaltung der mit Neptuns Dreizack und Schild sitzenden Britannia bis zur Dezimalisierung beibehalten. Gegenwart Erst 1971 wurde der Penny an das Dezimalsystem angepasst. Statt einem 240-Stell eines Pfundstörling entsprach er nun einem 100-Stell. Zur Unterscheidung wurde der dezimale Penny, New Penny, genannt. 1982 wurde dieser Zusatz aber wieder gestrichen. Zahlreiche britische Kolonien und Mitglieder des britischen Commonwealth kannten den Penny als Währungseinheit. Bis zur Einführung des Euro war auch das irische Pfund in Pens unterteilt. Heute gibt es den Penny außer im Vereinigten Königreich nur noch in den abhängigen Gebieten vor Klenthinseln, Gibraltar, Gorsi, Isle of Man, Gorsi und St. Helena. Das 1-Cent-Stück in den USA, Kanada und anderen ehemaligen britischen Kolonien wird auch Penny genannt. Penny-Fathing wird im Englischen das Hochrad genannt, in Anspielung auf das sehr große Vorderrad und das sehr kleine hintere Münzen. Punkt, 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 Punkt.